Mein Name ist Georg Mayer vom gleichnamigen Weingut Mayer in Weyer. Wir bewirtschaften in und um Weyer 20 Hektar Rebfläche und sind gerade in Umstellung auf den ökologischen Weinbau. Wir haben 2019 unsere Winothek Weinbar Mayer in Weyer fertiggestellt, zu Ende gebaut und haben dann während der Ernte das erste Mal die Saison offen gehabt. Uns war wichtig beim Umbau ehrliche, natürliche Materialien zu verwenden, die zu unserem historischen Gebäude im historischen Ortskern von Weyer passen. Stilprägend für unsere Winothek ist ein sehr alter Gewölbekeller aus Buntsandstein, so wie es bei uns in der Region üblich ist. In unserer Weinbar gibt es alles, was unser Weingut zu bieten hat. Weißweine, Rotweine, Schaumweine und saisonal zum Beispiel Flammkuchen, Kleinigkeiten zum Knabbern. Zum Wohl die Pfalz. Urw妈 molt tиковänen Schaumاض Voll intelligente und vom Wohl der Zuhörg Impfung des Kunliger Eing续 Im Urgen Im Urgen Im Urgen